hallo ich bin bin vinzen mit heute ein video über minecraft bad wars auf der minecraft pocket edition auf dem liveworld.net server und ich spiele heute mal mit teams auf dem ich kenne die gar nicht so dann baue ich mich auch mit ist das jetzt mein ernst dass ich einfach nicht normal auf diesen ein block steg laufen kann das bett von timo rank wurde zerstört und ich spiele heute mal ohne feder und ich habe endlich das eisen was mir sehr gefällt weil sie im eisen kann man sich eine die ja brustplatte kaufen und ich komme jetzt nicht weg den stück abbauen so wie soll ich das jetzt hinbekommen das und das sneaken dabei hinbauen und jetzt bin ich nicht ganz oft runter gefallen ich sollte besser ein bad wars werden aber ich will trotzdem nicht auch noch diese geräusche vom auto hinten im hintergrund ernsthaft und im team leader ist keiner jetzt brauche ich mich schön in die mitte das kann ich jetzt nicht direkt sagen weil ich natürlich wieder runterfallen muss auch nie nicht vieler camper ja einfach nur das gold und sich die besten bögen kaufen und dann runterballern ja er bemerkt mich nicht so komm schon er hat mich bemerkt ich habe jetzt die andere seite rüber geschlagen das ist doch betrug und jetzt wenn man mir das verkackten das bett abbaut ich raste so aus das war auch so klar dass der im bau spieler ist er ist halt von selbst runter gefallen so und jetzt wasche ich die gegner wird das wieder ein zweiminütiges video ne spaß da ist einer und es backt alles klar ich habe ja auch mann kannst du mal aufhören zu backen ernsthaft ich bin im block drin wann kommt überhaupt der gegner oh ich bin ganz voll erschrocken nein ich schau ab oder weil ich habe irgendwie ein bisschen angst dass er mich jetzt runterschlägt ich baue die mauer dann kommst du doch nicht vorbei weil er baut hat noch einen höheren turm dann baue ich mich halt durch so komm schon haben wir runter geschlagen jetzt das bett jetzt das bett auch nicht stütte er mich nicht jetzt bin ich tot auch toll jetzt bin ich wieder bei den gegnern und der kommt da ich kann eben so habe ich runter schlagen ich hoffe das glaube ich das kann ich schaffen jetzt kommt der anna rum alles klar schlagen nicht ernsthaft springt runter ich mache es halt selbst ja mein team hat er macht was gut ist ich habe versucht das ja sie haben halt auch ein bisschen ich habe mit instagram eingebaut alles klar hau ab komm schon ich störe mich jetzt nicht weiter oh mein maker rinkelt ne das stört mich halt nur der kommt jetzt kommt jetzt mit einem eisenschwert an alles klar ich habe einfach 27 gold äh damit damit kann ich was anstellen da bin ich auch bei den gegnern und ich habe jetzt 37 gold hi der hat mich jetzt ernsthaft runter geschlagen zumindest haben sie das gold nicht bekommen ich baue dich zu der wird sich am block platzieren und einfach durchkommen aber egal jetzt habe ich ein bisschen Zeit komm schon da ist er wieder jetzt baue ich dich wieder zu und jetzt darf sich einen anderen scheitern wenn der mich bemerkt warum stecke ich jetzt schon ernsthaft der kommt ne ich habe verloren ich versuche es trotzdem okay tot na toll 21 22 22 21 Ach man wie konnte sie gerade runter fallen ich baue dich wieder zu ich hoffe da kommt er nicht durch jetzt muss ich einfach zum bett sprinten und abbauen und dann ist alles gut Was? Ist mir runtergebackt worden? Och, Mann! Ich werde mich rächen. Jetzt sind die Gegner zum ersten Mal über die Mitte hinausgekommen. Ernsthaft? Zumindest habe ich jetzt schon einen Stein sperrt mit einer Eisendrüstplatte. Hat sechs Eisen gekostet. Und da wurde irgendwie jemand getötet. Keine Ahnung. Und 30. Sekunden, werden die Betten zerstört. Der fällt runter. Okay, wenn ich jetzt einmal sterbe, dann bin ich tot. Los geht's. Was? Bin ich im Back runtergefallen? Das ist jetzt so unverdient, dass die Gegner die Runde gewonnen haben. Okay, aus Frust beende ich jetzt einfach das Video. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Tschüss. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video.